Das ist jetzt eine Höhlenwohnung direkt in Langenstein. Und zwar ist das die Höhlenwohnung des Ludwig Schmidts, der von 1829 bis 1910 hier lebte. Und seine Holden, Caroline Schmid, 1825 bis 1909. So, hinein geht's. Ja, Kaffeetafel ist gedeckt. Schlafgemach. Ja, die Großmutter liegt nicht mehr im Bett, dann war der Wolf schon hier. Ja, fleißig waren sie. Oh, hier um die Ecke ist noch eine Kinderwiege, Kinderkörbchen. Kinderbettchen. Das Bad. Sodaseife, Sand. Die Reinigungsmittel, die heute keiner mehr kennt. Hier steht ein Wasserkessel mit einem Topf zum Trinken. Ach, hier war die. Ne, ich dachte, das ist die Feuerstätte. Und das ist das Müllzimmer. Pflaumen oder Kirschen? Ach, nochmal sehen, was dran steht. Naja, kann man nicht mehr lesen. Das ist ja eine tolle Vase. V Demklipp. Tier 5-3-29-40- Dani. Das ist ja auch eine echte correunde dieser R nadel in der fluids. Vielen Dank.